eine weitere ausforderung und zwar so gesehen in anführungsstrichen meine letzte bevor das dann an die jungs geht oder person und zwar hier in nine elms beweise fotografieren dazu hier beim parcel fox verteilerzentrum hier hinten in die ecke also an dieser ecke hier dann ist hier nämlich eine treppe da könnt ihr nämlich rein so und dann siehst mich nicht mehr da haben wir nämlich ein da haben wir ein dann können wir hier noch unter land dann Das war's für heute. und jetzt kurz zurück habe ich diesmal reagiert dass da was ist und noch einer hier na komm so und da dann glaube ich alle erledigt weil jetzt muss ich mich da fotografieren so und einmal so einmal so dann habt ihr die herausforderung nämlich auch abgeschlossen genau und jetzt haben wir nämlich die dritte mission die ich starten kann sprich die auf wichtige informationen gestoßen ist während sie diese ich zitiere pferdeficker beobachtet hat zumindest will ich wissen ob sie das wörtlich gemeint hat bin schon unterwegs okay etwas hat er ausdrucks also etwas ht ausdrucksweise aber okay ja wie man gesehen hat so geht es abgesehen jetzt vom kampfen aber ihr wisst jetzt wie es geht von daher viel spaß